Hey, ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Es haben sich manche ein Insel-Update gewünscht und deswegen zeige ich euch jetzt meine aktuelle Animal Crossing-Insel wieder im ASMR-Stil. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Video. Vielleicht spielt ihr ja sogar selber Animal Crossing New Horizons oder eines der Älteren. Ich persönlich habe auch die Älteren alle super, super gerne gespielt und deswegen habe ich mir natürlich auch dieses Spiel hier geholt. Ihr seht hier auch mein wunderschönes Setup, wie ich es aufgebaut habe, um das Video möglichst gut für euch filmen zu können. Okay, das ist ein bisschen laut. Okay, da sieht man schon mal einen meiner Einwohner und einen kleinen Sneak Peek. Aber ich würde sagen, wir starten, um uns das Ganze ein wenig genauer ansehen zu können. Ich hoffe sehr, euch gefällt meine Insel. Ich habe mir viel Mühe gegeben beim Aufbauen und einrichten oder wie man es nennen mag. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Hallo liebe Bewohner, es ist Freitag, der 16. August 2024, 12.27 Uhr hier auf Coco Island. Heute gibt es eigentlich keine erwähnenswerten Neuigkeiten, deshalb nur etwas zur Jahreszeit. Ich bin heute Morgen am Strand entlang gelaufen und habe seltene bunte Sommermuscheln gesehen. Wie der Name schon sagt, findet man sie nur im Sommer. Also sammelt ein paar zusammen und bastelt euch Sommerandenken, bevor er wieder vorbei ist. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Oh je, wie ich aussehe und ich habe noch Wintersachen an, meine Lieben. Da wurde ich erstmal wieder schick gemacht und da werde ich auch gleich wieder angerufen. Mein Nuck-Phone klingelt. Hallöchen, hier nepp aus Nucks Laden am Apparat. Dein Verkaufskistengeld ist da, wir haben gerade 568 Sternis auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig dieses Angebot nutzt. Bis bald dann hoffentlich im Laden. Ja, ihr Lieben, ihr seht es ja schon. So sieht mein Haus gerade aus. Und ja, ich habe es umbauen lassen von außen. Quasi die Fassade anders gemacht und ein Goldrosenkranz vorne dran gerangen. Und meine Werkbank zum Bauen steht hier nebenan. Und ja, ich finde das rosa ja total süß. Und wenn wir bei meinem Haus sind, würde ich sagen, beginnen wir auch einfach in meinem Haus, wie es da aussieht. Und einrichtungstechnisch habe ich auch einiges gemacht. Oh je, und ich war so lange da, dass ich gar kein Laken habe. Oh Leute. Oh nein, wie doof. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Okay, aber First Room, seht ihr ja, ist so ein Märchen auf das Stil. Und ich liebe, 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 liebe diesen Stil. Und ja, man sieht ja auch noch einen Kratzbaum und ein Katzenkörbchen. Oh nein, jetzt kriege ich auch noch Besuch. Oh Leute. Ich will euch doch einfach nur in Ruhe meine Haus zeigen. Ich störe auch nicht, Kittipi. Das ist Vega. Und die ist eigentlich auch total die Süße. Ich liebe sie und sie ist auch so hübsch. Es ist auch so hübsch. Schaut euch Vega mal an. Das ist doch eine Schönheit. Voll die Zuckersüße. Entschuldige den Überfall. Ich musste gerade an dich denken. Und da bin ich einfach rübergekommen. Das ist schon süß von den Bewohnern. Na ja, also wie gesagt, das ist der erste Raum. Und da hängt auch an der Seite hier so ein Abzeichen von der Akademie des Schönen Hauses. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen in den nächsten Raum. Den hinteren. Das ist eine Art Badezimmer. Und hier hängt auch wieder was von der Akademie des Schönen Hauses. Mit dem Bad bin ich noch ziemlich unzufrieden. Mir fehlt hier vor allem noch ein Teppich. Und die Wände sind mir noch zu karl. Hier steht mein Katzenklo. Aber ansonsten kann man das machen, finde ich. Schauen wir uns lieber die anderen Räume noch an. Die sehen besser aus. Okay, dann einmal links lang. Ich glaube, das war meine Küche, wenn ich mich recht erinnere. Ja, okay. That's right. Hier soll noch ein Esstisch und sowas hin. Und das ist halt alles noch nicht vorhanden. Aber hier hat hier so eine coole Kücheninsel mit Kaffeemaschine und Mikrowelle. Mein Kühlschrank. Zwei verschiedene Herdplatten. Einer mit Ofen. Einer mit Spülmaschine. Und dann hier nochmal so eine Ecke zum Spülen mit einem Spülbecken. Und der Teppich ist eigentlich sehr random, aber ich fand den ganz hübsch. Deswegen liegt er da. Oh, das war ein kurzer Besuch. Ich denke, wir sollten jetzt deinen Schlussstrich ziehen. Nicht wahr? Es war wirklich nett bei dir heute. Bis dann. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bis bald, Knibbi. Das ist schon echt eine Süße, das kann ich euch sagen. Sehr cute. Okay, dann gehen wir mal rechts lang. Und dann gibt es ja noch den Keller und das Dachgeschoss. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Das ist auch eher sehr schlicht eingerichtet hier. Wie so eine Art Gästezimmer. Und ja, ich mochte diese Flechtmöbel. Deswegen sind die hier hingekommen. Und es sieht halt einfach so clean aus. Gibt mir so ein bisschen clean girl vibes. Aber ja, ich mag es auf jeden Fall auch. Der Teppich ist total süß. Und hier läuft der Fernseher, der sollte gar nicht an sein. Ja. Ist halt eigentlich ganz niedlich. Oh, ich will keine Kakerlaken, Mann. Das nervt mich total. Egal, ab in den Keller. Das müssten, ja, die Meeresmöbel sein. Die nixendingsmöbel. Auf dem Boden und so. Ist auch noch nichts Spannendes passiert. Dementsprechend sieht es ein wenig kahl aus. Ja, also. Aber ich finde die halt niedlich. Die sind schon echt schön. Und ich erinnere mich, dass in dem Animal Crossing davor für den 3DS waren die halt auch übel schwer zu kriegen auf dieser Turtle-Insel. Und jetzt habe ich sie aber alle. Ja. Und das Zimmer ganz oben. Das Dachgeschoss ist einer meiner Personal Favorites. Seid gespannt. In 3, 2, 1. Leute. Oh, Kakerlake. Leute, ich liebe, 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 liebe dieses Zimmer. Es gibt mir so Aesthetic-Vibes. Das ist crazy. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber die ganzen Figürchen, die da stehen, sind alles Sternzeichen. Also Waage, Löwe, Schütze, Wassermannfische, weiß ich nicht, wie da Krebs und wie sie alle heißen. Und ja, das sind halt alles so Gold, Goldstücke auf der Goldboden und die Goldwand und dann diese goldene Wanne. Ich liebe diese Kombination. Das sieht so, so toll aus. Das habe ich mir allerdings bei meinem Freund abgeschaut. Der hat das erst gemacht. Genießen wir einen Moment lang noch den Anblick. Und dann geht es auch schon weiter. Okay, wir wollen ja schließlich auch noch die Insel sehen. Okay, dann schnell raus aus dem Haus. Meine Post gucke ich jetzt nicht nach, aber hier geht es erstmal eine Etage runter. Und da seht ihr ja schon rundum hier so ein Gelbereich und hier einfach so ein Brunnen. Und noch ein weiter runter seht ihr hier mein Auto. Und ja, dann kann man hier, oh Gott, ich werde zu viel Unkraut haben, zum Strand, zum ersten Teil meines Strandes. Und ja, hier ist auch nicht viel spannender. Es ist einfach Palmen und so. Na, man geht's. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen, sondern ich glaube, wir gehen hier rum. Dann haben wir hier so ganz random ein, ähm, ja, Pavilion. Ja, und hier hinter ist noch nichts wirklich passiert. Da sollen allerdings mehr so Ästtische und sowas hin, wie so eine Art Mini-Café oder Bar. Dann habe ich hier so einen Brunnen und so helle Gitti-Büschchen dabei. Voll süß. Und ja, wie gesagt, am Strand ist nix. Dann kommt man hier zu meinem Nux-Laden. Und da habe ich so einfach so ein paar Blümchen vorgemacht. Das sind so Höherzinten. Und hier ist mein Eingang, also mein Flughafen. Der ist, by the way, wie man unschwer erkennen kann, grün. Die Farben sind ja auch immer so eine Sache, so eine Rarität. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Ich habe meine Stadt oder meine Insel sehr landlich gestaltet. Und ja, hier sind zwei meiner Einwohner. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Oh mein Gott. Ah, genau, Yasmin. Gut, siehst du heute aus, Pumper. Diese Insel ist wirklich ganz bezaubernd. Den ganzen Tag immer auszubleiben wäre eine Schande. Aber ja, Kim, du meinst, du hast es drauf. Ich kenn, zeig dir, was eine Hake ist, kenn. Oh Gott. Ich bin voll weggeschnarcht. Diese ollen Wolken sind aber auch zu einschläfern, Tiro. Das ist auch voll die Süße. Die mag ich auch sehr gerne. Ja, und hier seht ihr ja, wie ich das so gestaltet habe. Hier mit den Mauern und dem Weg. Hier ist mein Museum. Wenn man hier lang geht, ist hier mäßig so eine Oase aufgebaut. Mit Pool und so einem, ja, so einem Tampfbad und Liegen und so leuchtenden Palmen. Wenn man hier nach links geht, haben wir hier so einen Zeltplatz, wo man sich entspannen kann. Und diese schönen Blümchen überall. Fand ich total süß. Ja, und hier oben ist mein Außeneiscafé. Ja, okay, hier kann ich nicht lang. Neben meinem Museum habe ich hier noch diese Schaukel zum Sitzen, die gerade bei Huawei, wie ich sehe, überhaupt nicht symmetrisch da steht. Ja, aber hier ist mein Außencafé. Da fehlen mir noch Stühle beim Tisch. Die sollen halt farblich passen. Aber der Rest ist schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. So stellt euch vor, ihr seht ihr hier am Meer und esft euer Eis oder trinkt euren Milchshake. Finde ich ja voll cool. Oh, die überlegt auszuziehen. Wenn die so nachdenken, ist das meistens ein Zeichen dafür. Ja. Und hier geht es zu meinem Rathaus. Ich weiß gar nicht, ob man das auch ändern kann. Da bin ich mir gerade unsicher. Aber ich habe auf jeden Fall Besuch von Schubert schicke Schuhe. Und ja, hier habe ich wieder alles so aneinander gebaut. Und hier sind noch ein paar Rosenzüchtungen hingekommen. Hier steht nochmal ein Brunnen. Und also ihr seht, viel ist halt noch unbefleckt so. Aber das, was ich gemacht habe, gefällt mir auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Und steht jetzt ein Kirschblütenvogelbart. Das finde ich ja auch total süß. Ich weiß nicht, aber diese Blumen da drin, die machen halt einfach auch was her. Wisst ihr, wie ich meine? Das lässt das Ganze gleich viel freundlicher und schöner wirken. Genau wie hier so Möbel rund um die Häuser herum. Das sieht einfach gleich viel schöner aus. Okay. Oh, den Hamster hier liebe ich auch. Aber ich habe irgendwie gefühlt wirklich alle Namen vergessen. Oh, ich habe euch gar nicht meinen Außenfitnessbereich gezeigt. Da muss ich noch hin. Der ist wichtig. Ich habe ja auch einen Außenfitnessbereich hier. Wo man Fitness machen kann mit zwei Laufbändern, zwei Crosstrainern, eine Klimmzugstange, Yoga-Matten und ein Volleyballfeld mit Volleyballen. Die Kürbisse einfach nicht beachten. Die sollten gar nicht mehr da sein. War ich aber zu faul wegzumachen. Ja. Achtet einfach nicht so da drauf. Dann sausen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir bleiben einfach erstmal auf der Hälfte hier, oder? Hier habe ich das Ganze... Oh Gott, da komme ich ja gar nicht so hin jetzt. Egal. Hier habe ich noch so ein paar, ja, diese schönen Blumenkästen. Und hier ist meine Schneiderei, die man so nicht richtig sehen kann, weil mein Haus da schon ist. Und hier geht es wieder zum Rathaus zurück. Und hier geht es zu meinem Haus zurück. Das heißt, wir gehen jetzt auf die andere Hälfte der Insel. Ich liebe dich, Perry. Bei dem weiß ich sogar noch den Namen. Wenn man hier runter geht, ist hier so ein Blumenbeet. Die Blumen sollte da auch nicht sein. Und natürlich mein gezüchtetes Gemüse. Und das fand ich ja voll cool, dass das jetzt hier möglich ist, sowas zu züchten quasi. Und dann habe ich hier unten meine Strandbar, beziehungsweise mein Strandplätzchen zum Jellen. Und bei den Tischen fehlen wie immer noch Stühle. Und hier kommen so Cocktails hin, die man... Weil man hier ja auch kochen kann neuerdings. Die muss ich noch selber machen. Dann kann ich die da hinstellen. Aber, Leute, wie cute ist dieses Surfbrett und die Handtücher. Hier ist jetzt mein Steg hingekommen mit dieser Kröte da. Mit dem Käpt'n. Wo ich mit wegfahren könnte. Aber hier sind die Inseln jetzt getrennt. Hier gibt es ja Mayentickets. Und da kann man mit dem Käpt'n, ich glaube, einmal am Tag verreisen. Hier ist mein Kürbis-Zuchtfeld für Herbst logischerweise. Und ja, hier ist auch nochmal wieder ein Bewohner. Keine Sorge, der ist nicht allein. Die Siedlung geht hier ja direkt weiter. Und hier sind auch nochmal zwei Bewohner. Und dann kommen wir hier zu meinem Obstbaumfeld quasi. Und da habe ich meine ganzen Obstbäume. Kirschen, Bieren, Pfirsiche, Äpfel und nochmal Kirschen. Weil ich nicht wusste, ob die da noch vorpassen. Deswegen, weil ich hier die Brücke habe. Und ja, hier ist mein Campingplatz. Klein, aber fein. Hier sollen auch noch ein paar Sachen dazu kommen. Sonst sieht das so leer aus. Aber ansonsten finde ich da schon ein niedliches kleines Plätzchen. Wenn man hier hoch geht, wohnt ja auch noch jemand. Also wie gesagt, die sind ja alle nicht alleine. Um Gottes Willen, ich lasse meine Bewohner nicht. Oh, das war das Falsche. Allein. Jetzt muss ich das auch noch wieder da hinstellen. Wo ist es denn? Da. Machen wir erstmal hier oben weiter. Hier oben ist einfach wie eine Art Park oder Gärtchen. Mit ein paar schönen Blumen. Und so einen komischen Ball da in der Mitte. Und dann habe ich hier auch nochmal Obstbäume. Oh Leute, ist das viel Unkraut. Und das muss ich gleich erstmal verkaufen. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das mittlerweile wisst. Aber in diesem Animal Crossing kannst du nicht einfach willkürlich Gärt anfordern, dein Unkraut einzusammeln. Der macht das nur noch, wenn du wirklich viel Unkraut in deiner Stadt hast. Also sprich, wenn du so drei versteckte Büschel hast, musst du die selber zusammensuchen. Ja, aber hier ist nochmal mein Obst versteckt. Und... Ja, ich habe noch meinen Herbstfit an. Ich hätte mir vielleicht was anderes ansehen können. Wenn man hier lang geht, habe ich da so ein paar Blümchen an die Seite gepackt. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zu einer der schönsten Fleckchen von der gesamten Insel, Leute. Hier steht eine Uhr und ein Mülleimer für Müll. Da kann man auch wirklich was reinschmeißen, was weggeworfen werden soll. Zum Beispiel, wenn man so alte Reifen oder sowas angelt. Und dann haben wir hier diesen süßen, hübschen Bereich. Und wenn man hier hinten hingeht, hat man halt quasi so diesen Aussichtspunkt. Und ich fand das total schön, die Idee. Und ja, bleiben wir mal kurz erstmal hier unten. So sieht das Ganze hier aus. Hier ist so wie so ein Fotospot, wo man sich hinstellen könnte. So, und dann macht man ein Foto. Ja. Und wenn man hier hoch geht, ist das mein persönlicher Campingplatz. Und den finde ich auch viel schöner als den anderen da gerade. Aber ich wusste nicht, wo ich hier diesen Campingplatz noch hinpacken soll. Und wir haben hier einmal so ein heißes Bad wieder. So hübsche Bäumchen, ein Lagerfeuer. Zum Hinsetzen und Cocktailschlürfen haben wir dann hier so eine Steinkarnitur. Und zum Backen und Kochen haben wir hier fürs Grillen alles da. Wenn man hier rüber geht, sieht man, hier ist eigentlich der Eingang. Meine Kirmes, die kann man mit Meilen kaufen, die Teile. Und, Leute, das war anstrengend, das sag ich euch. Aber ich lieb's. Es sieht halt wirklich toll aus. Hört ihr die Musik? Das macht halt auch Musik. Das ist ja so süß. Ja, und wenn man hier weiter geht, dann kommt man hier nochmal zu so einer einzelnen Bank, die hier versteckt ist. Und hier rechts ist nichts mehr, also da oben zumindest nicht. Deswegen gehen wir dann hier weiter. Man muss sich das Phänomen nämlich von hier ansehen. Dann sieht es viel hübscher aus. Die Büsche sind jetzt kahl. Ich glaube, die blühen im Winter oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. War halt zu einer anderen Jahreszeit als zum Sommer. Deswegen sind da jetzt keine Blumen dran. Aber an sich fand ich die Idee super, super niedlich. Und hier links war mein Campingplatz. Da brauchen wir nicht nochmal hin. Und hier habe ich dann das letzte Fleckchen von meiner Insel auch schon parat. Dann sind wir auch schon am Ende eigentlich. Meine Freunde. Oh mein Gott, das ist hier viel Unkraut. Das war jetzt eher viel mehr Talking und Explaining und Showing als wirklich irgendwelche Trigger. Deswegen hoffe ich, dass ihr durch meine Flüsterstimme und das Ansehen der Insel trotzdem gut entspannen konntet. Und das Video genießen konntet vor allem. Hier ist dann nochmal so eine Art Park. Und ja, der ist einfach auch, der war viel Arbeit, das kann ich euch sagen. Diese Flüsse hier einigermaßen symmetrisch an den Seiten hin zu bekommen und diese Insel hier symmetrisch zu formen, das war Arbeit. Und ja, dann habe ich hier so eine kleine Ente, auch total süß. Und hier ist das gleiche Phänomen. Die Büsche blühen leider zu einer anderen Jahreszeit als jetzt. Ja, und das war es auch schon. Mehr habe ich auf meiner Insel noch gar nicht gemacht oder verändert. Dann laufe ich mal einfach schnell zu meinem Haus zurück. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr könntet trotzdem gut entspannen und ihr hattet trotzdem Spaß, dieses Video zu schauen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne, wunderschöne, gute Nacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.